Da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Mass Effect. Tali ist mit dabei, Garos ist auch wieder mit dabei. Wir stehen hier vor dem Eingang zum Botschaftssektor und gucken hier auf diesen kleinen See oder was das auch sein soll mit einer Korgana-Statue, Springbrunnen, blauen Himmel, ihr kennt das ja. Wir könnten jetzt natürlich auch zum Zitadell-Turm gehen, um die Beweise vorzulegen, die wir in der letzten Folge gesammelt haben. Uh, da ist ein Keeper. Zack, die ist scannt. Aber das wäre der Strang der Hauptquest und das wäre ein bisschen gar schnell. Ich denke mal, ihr wollt noch etwas von der Zitadell hier sehen und deswegen gehen wir jetzt mal in so einen Raum von den Botschaftern. Boah, hätte ich den Satz beinahe nicht mal zusammengekommen. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit ihnen zu treffen. Was tun Sie hier, Elina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz-Navy. Großartig. Sie hören dann in ungefähr drei oder vier Monaten von uns. Was? Drei oder vier Monaten? Das kann doch nicht ernst sein, oder? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere ihren Namen, wir melden uns dann bei ihnen. Kann ich noch etwas für sie tun? Ich bin hier fertig. Ich hoffe, sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche, ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Oh la la. Sprechstunde mit der Lehrerin. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Aber warum? Ich dachte erst in drei, vier Monaten. Warum will sie mich sprechen? Das weiß ich nicht. Das müssen sie sie schon selber fragen. Gehen sie einfach nach oben. Sie erwartet sie dort. Tja, da bin ich mal gespannt, was die von uns will. Erst heißt es drei, vier Monaten. Ich weiß überhaupt nicht, was das überhaupt für ein Ort sein soll hier. Das macht mir irgendwie Angst. Naja, zumindest gibt es beleuchtete Stufen. Kleinen Gemüsegarten hier vor der Tür. Und dann gucken wir doch mal hier rein. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit ihrer Ankunft hier auf Zitadell viel über sie gehört. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Verzeihen Sie, Commander. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, zu wissen, wann wichtige Leute auf der Station eintreffen. Viele von ihnen werden zu Klienten. Aber deswegen habe ich sie nicht hergebeten. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Schneller! Die Antworten sind immer so dermaßen cool. Was ist denn los, junge Frau? Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Problem. Ich habe einen Freund, Septimus. Einen ehemaligen thurianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Ja, die schmiert uns wahrscheinlich wieder haufenweise Honig ums Maus, wie das aussieht. Was ist denn schiefgegangen? Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten, zu gehen. Es warten noch viele Klienten. Okay, Ihre Dankbarkeit werden wir auf die Probe stellen. Wunsch der Reporterin, haben wir das nicht schon? Zu Fispel. Vielleicht lassen Sie in Fispel in den Bezirken funktionieren. Mit General Septimus sprechen. Der General ist in Choros Nest in den unteren Bezirken. Fordern Sie ihn auf, keine Gerüchte mehr über die Konsortin zu verbreiten. Das werden wir jetzt mal probieren. Diesen General haben wir schon in der Szene gesehen, bevor wir die Quarianerin befreit haben. Da war er ganz kurz an der Seite von Bildern mal zu sehen. Die Leute, die Mass Effect kennen, wissen genau, das war der General natürlich. Für allen anderen wissen es natürlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt da mal hin. Wir gehen in die Bezirke und in Choros Nest. Ich habe übrigens auch diese ganzen Hilfetexte ausgeschaltet, denn die haben eigentlich nur gestört, wie ich finde. Und ja, die waren immer über das ganze Bild verteilt und das sah nicht so ganz so toll aus. So, bevor wir jetzt hier reingehen, gehen wir nochmal in Fists Büro, denn da ist ja noch eine Quest offen für diese Report drin. Da können wir anscheinend noch Beweise sammeln. Beziehungsweise muss hier noch irgendwo etwas drin sein, denn ich habe noch einen Marker auf der Minimap. Und da schauen wir doch mal. Ja, da liegt eine optische Speicherdisc. Die ist sogar ziemlich groß. Da hat sich unser Tagebuch aktualisiert. Informationen liefern. Die Informationen aus Fists Versteck helfen Miss Wong bei ihrer Story über die Korruption. Bringen Sie sie zu ihr in den oberen Bezirk. Ja, können wir machen, müssen wir aber nicht machen. Ich glaube, ich habe ja gesagt, sie soll ihre Arbeit selber machen. Aber gucken wir mal. Vielleicht ist unser Shepard nach dieser Mission auch so gut gelaunt, dass er ihr diese komische Diskippt. Das bin ich dann eben nicht. So, hier sitzt der gute General Septimus. Commander, was wollen Sie? Ja, hast du Probleme? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau Sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen. Mich, Septimus Oraka, General der thurianischen Flotte. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will Sie. Und nur Sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Hm, ich werde nicht gehen. Sie müssen wie ein General handeln, wenn Sie das überwinden wollen. Ich habe mein ganzes Leben wie ein General gehandelt. Wo hat mich das hingeführt? Nein, diese Zeit ist vorüber. Ich bin, was ich bin. Ein müder, einsamer, erschöpfter Soldat. Sie sind ein verdammter General. Hören Sie auf zu jammern. Ha! Sie haben Mumm. Es gibt in der ganzen Galaxis nur fünf Leute, die so mit mir reden würden. Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es könnte nicht schaden. Hm, vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch, wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xelthan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Herr Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Ja, da ist er schon wieder weg. Da haben wir ihn sogar überzeugt. Allerdings müssen wir uns jetzt noch mit einem kleinen Botengang herumschlagen. Denn der gute General hat uns den Auftrag gegeben, wieder etwas klarzustellen, was er ja so ein bisschen in den Sand gesetzt hat. Beziehungsweise Lügen verbreitet hat über seine tolle Scha-Ira. So, wir müssen jetzt einen Elcor-Diplomaten finden. Äh, Bezirke. Nein. Dann müssen wir ins Präsidium. Nämlich zur Botschaft. Wo ist denn die Botschaft? Hier ist die Botschaft. Und diese Elcor-Viecher sind, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Am besten seht ihr euch das selber an. Denn die reden sehr, 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 sehr komisch. Auch für Aliens. Also, naja, ihr werdet es gleich sehen. Ich verrate jetzt noch nichts. Da strecke ich hier noch ein bisschen raus über diese paar Türen. Und der müsste jetzt hier sein normalerweise. Oder ihr... Xelthan, genau, der Herr. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschenkommander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Ich bin gekommen, um über ihr kleines Problem zu reden. Neugier. Dann wissen Sie also etwas über die Konsortin und ihr Verhältnis zu mir? Es war ein Turianer namens Septimus, der ihr Geheimnis herausgefunden hat. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Azari davon erfahren haben. Hier. Das sollte Beweis genug sein. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Aber stellen Sie sicher, dass Schaira von jetzt an rausgehalten wird? Verpflichtet. Zustimmend. Es ist offensichtlich, dass die Konsortin keine Schuld trifft. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Ich bin nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Auf Wiedersehen, Menschen Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn? Nicht alle Menschen sind so, wie sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie probiert wird. Da seht ihr schon, diese komischen Aliens zeigen keine Emotionen oder haben keine Emotionen in ihrer Stimme. Sie sagen einfach, welche Emotionen sie eigentlich gerade ausdrücken wollen. Wie eben verwirrend oder nervös oder so weiter. Deswegen sind die Gespräche mit den Kerlchen immer ein bisschen langatmig und doch ein bisschen verwirrend. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich müsste jetzt eigentlich zurück zu Shaira. Aber wir haben ja noch die, beziehungsweise den Hinweis bekommen von jemandem. Ein paar Folgen zuvor, dass es hier noch einen Shadow Broker gibt, der mit Informationen handelt. Und einen gewissen Balorfon, mit dem wir reden sollten, falls wir etwas wissen wollen. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, wo sich der befindet. Denn wie ihr seht, ist die Zitadelle ziemlich, ziemlich groß. Da sind wir wieder hier. Ne, da geht nichts. Da komme ich wieder, da ist wieder dieser Prediger, den kennen wir auch schon. Dem habe ich ja 150 Credits zugesteckt, damit er seine Evangelikatserlaubnis, ja ich habe das Wort sogar jetzt gelernt, kaufen kann, damit er hier frei predigen kann. Ja, genau. Und ich glaube, hier geht es zu diesem Shadow-Typen. Ja, müsste es sogar. Ich bin ziemlich positiv. Genau, das ist der Kleine, dieser Balorfon. Aber da gehe ich jetzt auch noch nicht hin. Denn ich will jetzt erstmal hier hinschauen, denn das müsste, glaube ich, ein Shop sein. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallonindel, aber viele sagen einfach Dallon zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. So, jetzt kann ich auswählen, was ich sehen will. Will ich Standardobjekte sehen, Upgrades oder nichtmenschliche Panzerungen? Mir geht es jetzt um die nichtmenschlichen Panzerungen, denn ich habe ja zwei nichtmenschliche Charaktere mit dabei. So, allerdings will ich jetzt zuerst etwas verkaufen. Nämlich diese leichte Rüstung. Die brauche ich nämlich überhaupt nicht. Ach ja, Doppelklick. Das raus, das raus. Stoffflente raus, das raus. Wir verkaufen jetzt einfach mal ein Bild drauf los, denn wir brauchen das alles nicht bis auf die Upgrades. Die behalten wir natürlich, denn das schadet eigentlich nie, wenn man mal so ein bisschen mehr Upgrades dabei hat. Jetzt sehen wir mittelschere Rüstung für Turiana, Turiana, Turiana und nur Turiana. Was anderes gibt es hier nicht. Ja, die unterscheiden sich jetzt eigentlich nur vom Aussehen wahrscheinlich. Hier können wir vergleichen. Wo ist denn Garus? Hier ist Garus. Oh, und die ist um einiges besser. Die ist schlechter. Die ist auch schlechter. Deswegen kaufen wir diese Silverback-Rüstung für Garus. Dann habe ich nur noch 901 Credit übrig. Dafür bekomme ich nicht mal einen Luftballon. Nein, da bin ich falsch. Ich wollte in die Ausrüstung, denn wir packen Garus jetzt in seine neue Rüstung. Und die kann er nicht tragen. Warum nicht? Bist du denn von Sinnen? Mittelschere Panzerung. Warum kannst du die nicht tragen? Ach, er hat leichte Panzerung. Das ist schlecht. Ja, dann, ja gut, ist ja jetzt nicht schlimm. Ich habe jetzt die Rüstung jedenfalls mal gekauft. Auf jeden Fall muss ich beim Garus Next Level Up mal ein paar Punkte in schwere Rüstungen investieren. Dann dürfte das wahrscheinlich etwas besser laufen mit ihm. So, und ich muss mich jetzt auch schon wieder ausklinken aus diesem ganzen Science-Fiction-Gedöns, denn die Zeit ist um und ich sage wie immer bis dann und so long. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020